hey leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leon schnippel bruder heute schneiden wir uns mal wieder selber die haare mit dem 360 grad spiegel den wir hier an unserer tür angebracht haben wir nehmen hier jetzt erstmal den 10 mm aufsatz hebel nach unten und kürzen hier erstmal ein bisschen die haare an der seite ihr seht ganz einfach wie immer einer leichten zäh bewegung dass wir keine unnötigen kanten rein schneiden und wenn wir damit dann fertig sind nehmen wir die maschine ohne aufsatz hebel nach oben und gehen einmal um unser ohr herum wenn wir damit fertig sind nehmen wir den 3 mm aufsatz auch den hebel nach oben und fahren hiermit dann wieder ein zentimeter weiter nach oben wenn wir das dann auch geschafft haben nehmen wir den 4,5 mm aufsatz hebel auch wieder nach oben und fahren wieder circa ein zentimeter weiter nach oben hierbei achten wir darauf dass wir keine unnötigen kanten rein schneiden das könnt ihr vermeiden indem ihr eine leichte zäh bewegung macht wenn ihr das auch geschafft haben nehmen wir wieder einen 4,5 mm aufsatz hebel nach unten diesmal und verblenden zum deckhaar hier müsst ihr euch besonders viel zeit lassen damit das ganze auch clean aussieht dann den 3 mm aufsatz hebel auch nach unten und wir verblenden zum 4,5 mm ihr seht die kante verschwindet langsam jetzt ohne aufsatz hebel nach unten und dasselbe spiel auch wieder versuchen die kante zu verblenden ihr könnt hier auch ein bisschen mit dem hebel spielen die immer ein bisschen kürzer einstellen dann mal wieder ein bisschen länger und dann funktioniert das ganze auch richtig gut als letzten schritt nehme ich hier noch den 1,5 mm aufsatz den hebel circa auf die hälfte und verblende noch die letzten kanten die mir dort aufgefallen sind im schnitt und dann haben wir es auch schon fast geschafft als letzten schritt schneiden wir dann hinten die haare noch einigermaßen gerade dafür nehmen wir auch wieder die normale maschine und ihr seht das funktioniert wunderbar jetzt kommt das ergebnis ich hoffe das video hat euch gefallen abonnieren nicht vergessen daumen nach oben und gerne auch einen kommentar schreiben haut rein ciao